GESTIRBT GESTIRBT JA FUCKING Oh mein Gott, jedes Mal wenn ich die sehe kann ich fein sein. Weil's so feine Burschen sind, ey. Die werden wahrscheinlich richtig gescheit. Die machen keinen Unfug. Die machen keinen Unfug, ist klar. Die haben so ne Gang gegründet, ne, aus coolen Zombie-Kids. Das sind so Erwachsene mit so Baseball Caps auf, wie ne 90ern. So coole Brillen, so schwarze. 90's Kid. Ja, und dann machen die die Gegend unsicher. Only 90's Kid will doch. Gott, ich hatte so ne Brille damals, so schwarze Brille, so ne Cappy. Wo ist denn dieser fucking Workshop hier? Die ist hier. Die ist hier? Die ist hier. Die ist hier. Das ist gerade noch wen vergewaltigend. Star Wars! Star Wars Kick! Fuck! Guck mal, wie viele da so feine Wassertouren. Ja, guck mal, die machen Frühsport für Zombies. Wassergymnastik. Das ist die Rentnergruppe, die ist jetzt dran. Die Rentnergruppe. Die Rentnergruppe. Die Rentnergruppe. Nein, aber auch 4 Räder. Guck mal, wie der sich nach vorne beugt. Der hat nen ganz schlimmen Rücken. Ja, die Hüfte ist wahrscheinlich auch nicht mehr die Beste. Ich bin nicht wundern, wenn der gleich zusammenbricht. Doch, die kriegt nie wieder Kinder. Oh, was ist satt denn hier? Kann ich nicht aufheben. Jo, das geht mit mir dann noch. Okay. Der hat sich ausgewacht springen. What the hell? Hast du gesehen, wo ich das viel getroffen hab? Ich stand hier und triff das viel da hinten. Oh, das Spiel ist so verbuggt, ey. Ui. Guck mal, wie der mit dem Rücken nach vorne läuft. Ouch. Kicking with the balls. Guck mal, hier ne Waschwanne. Ja, wollen wir uns duschen? Die Salze hast ja gerade aufgehauen. Jetzt setzt du dich rein und wenn ich mich reinsetze, platzt die Wanne. Ich hab hier wen zum Treten gefunden. Guck mal. Arschloch. Pläne, 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 Pläne. Was, Pläne? Erstmal müssen wir uns um die Gea kümmern. Gea! Hier, da. Bring die ganzen Schuppen nieder, die Scheiße hier. Ja, bleib mal schön zurück. Moshpit. Ja! Der macht das gut, ey. Der kommt der innere Moshpit-Ninja raus. Ja, der kommt im September. Circle Pit! Da hört sich davon. Wie viel? Hau den doch um hier, den Kaffee. Du musst mir erst erholen, da. Ich hab vorbeigeschmissen, ey man. Ich hab den Motor und muss den tragen. Du musst mich beschützen. Wie, der ist gespawnt. Hier, frisst den Motor. Oh mein Gott, ich kann nicht mit dem Motor niederkommen. Oh man, ich muss erstmal meinen ganzen... Ich bin bei allem faszinierend. Weil man Zeug finde. Ich hab meinen ganzen Scheiß vorbeigeschmissen. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Hier, fang. Ja, hier, fang. Fang den Motor. Da läuft der weg. Hier. Oh, ich hab den gekillt. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Was du da? Das war ich. So ein Motor muss ziemlich schwer sein, aber wir tragen den locker. Ja, wie krasst du denn jetzt die Leiter hoch? Ich werf den da oben. Du fängst den. Hier hast den Motor. Okay, danke. Jetzt mal ohne Kack, wie kommen wir hier raus? Ich kann doch nicht springen. Hier liegen Pläne. Ja, die hab ich grad gesagt. Nein, ich war zu abgelenkt mit dem, äh... Ne? Mit dem Motor werfen. Oh, geil, Motor, den kann ich werfen. Aber da hoch krieg ich den nicht. Kann man hier hoch? Carlatas? Carlatan? Carlatan. Carlatan. Wetten? Ich schlag dich gleich. Warum? Hier geht's raus. Und wir... Und wir denken so kompliziert, ne? Ja, schmeiß den Motor da raus, du fängst den. Eigentlich hättest du sagen müssen, wie komm ich ihn da hoch? Oh, geil, ey. Ja, fein, Lache. Was? Ja, mein Gott, ich wollte den Motor werfen. Wahrscheinlich hätten wir dann durch die Wand geklippt oder so. Muss aufpassen bei dem Spiel, er kann alles durch die Wand klippen und dann kommt das nie wieder. Ich hab dich mit dem Motor beworfen. Fühlst du dich violated, ja? Ne, ich fühl mich offended. Oh, oh, offended. Oh. Ich hab auch was zum Tragen. Oh, dann tragen wir beide was. Ja. Boah, bist du ein Mann, zwei Prozent. Wie du läufst damit, ey? Tappel, 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 tappel. Genau, Biac. I got one! Da ist er, no, 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 no. Warte, hier, ich schmeiß. Da tü, ta, ta. Oh, da kippt er um. Oh mein Gott, da platzt er doch noch! Der Motor hat ihn zu stark belastet, er ist explodiert. Hat er seelisch nicht verkraftet. Ja, den Druck nehmen wir aus. Ja, wir wollen jetzt ab. Da blobs sind. Secure, bad, hallow. Secure, bad. Secure, bad! Ich kann... Ich kann nicht... ...near richtig... ...near, dass ich nicht mehr zu sein... holy shit kommen hier viele. Jetzt sind mir aus der Boot der Ferse. Bam! Ich muss hier raus. Ausgesteigt. Ja, ich auch. Was ist das, um die Viecher kümmern? Ja, ich auch. Repairfeuer Ultimate Doom. What the hell, du bist blau. Wieso machst du so viel Schaden? Oh mein, Fury. Ah. Da holt ihr hier eine Magnum raus. Fucking L. Ich krieg hier so ein Stäbchen und werd zum Ninja. Treten, Schlägen. Ja, klar. Ich steh genau hinter dem. Der pustet vorne mit seiner Kotze, ey. Und nicht was hinten getroffen. Ach, du bist dead. Verbacktes Mist. Verbacktes Mist. Ja. Das ist ja kein Jack Daniel. Die dürfen den Namen auch gar nicht verwenden. Das ist Tom... Ne, Tom... Ne, Tom Koso. Keine Ahnung. Kaboom. Guck mal, der Messer hat den vollen Arsch gehabt. Oh mein Gott, du kniesst so geil. Ja? Soll ich mal näher kommen? Ja. Oh mein Gott. Kommst näher. Müssen wir überhaupt sehen. Du bewegst deinen Stick aber ziemlich harsch. Ja, muss aber auch so sein. Oh, dann kommen sie wieder. Jetzt mal ohne Kalle. Ich guck ja schon. Folgen andersrum. Genau in die andere Richtung. Ja. Ich glaube, meine blaue... Boah, es gibt Turbo! Alter! Verdammt. Oh Mann, ey. Ich bin verterbar. Ja, hier ist aber Sackgasse. Ich fahr mal weiter irgendwo. Ich fahr mal weiter irgendwo. So ein kleiner Propeller, der wird jetzt hier so lustig. Hier vielleicht? Ja, ja, mach' mal. Oh, mach' mal. Oh, ich dringere Zeit. Ich kann das Ding auch überhitzen und explodieren. Das Maus probieren. Hey, du wirst ja deine Waffe. Ich dreh' nicht um. Oh, der Helle steckt auf dem Boot. Okay, wir haben ein Boot gefunden, aber wir kommen hier nie weiter. Ja, doch. Jetzt fängt's. Genau, da. Oder was. Oh. Und, Herr. Und, da sind wir. Oh, der zappelt, 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 explodiert. Oh. Du musst die immer so weit holen. Nee, ich loote erst. Bin so geil auf alles. Die Kohl ist doch hoh! Oh 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 oh! Es war wegrennen, oh 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 oh! Das war mal ne volle! Mit mir denn, blδl! Blüdelkritzt sein! Geh du Arsch auf Fries! Die Höhle sind doch immer gleich, oder? Dr. Kesslers Fallbo freigeschaltet. See you. Jetzt geht's rund. Fuck you. Oh, Alba. Aufstieg. Nice. Zwei Level-Ups bekommen. Ich glaube, im ersten Teil hat man das auch schon gehabt mit diesem Bonus-Dingens. Es da, du. Oh, mein Schwein pfeift. Oh mein Gott, der Sonne hat da eben mal einen Upgrade. Bin mir fast am Verrecken. Get this awful smell of me. Fritsch. Fritsch. Der braucht aber lange, wenn ich so aufstehe. Darf ich jetzt upgradeen, ja? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Boah. Kommt um mich. Ich glaube, ich heiße nicht. Pläne. Gift. Ich hab ein behindertes Küchenmesser gefunden. Das machen so eine Scheiße hier ab, der Fall. Mal jetzt mal upgraden. Wir sind mal mit Raserei. Gruppenraserei, ja. Ich weiß, was da mit gemeint ist. Ja, Wutgewinn durch Kill ist eine gute Sache. Gibt's nicht sowas, dass die Raserei schneller anhält? Schneller anhält. Du hast den Kontroll über die Wut vollständig gemeistert. Von jetzt an dauert deine Raserei doppelt so lange, ja. Das ist das letzte. Ein tödlicher Schlag verursacht Knochenbrüche im Brustkorb des Gegners und schickt ihn in die Luft. Holy shit. Das will ich sehen. Okay, wir skillen nur noch den Rasereibomb. Was für skillen ist eigentlich total unerheblich, ey. Ich will sowieso alles irgendwie. Vielleicht geht man am Anfang mehr auf Überleben, damit man auch wirklich überlebt, aber... Oh mein Gott, was kann der Polizeiknüppel schon explodieren. Das ist er weg. Ja, da haben Polizeiknüppel so an sich. Ein Gär. Was? Ja, jetzt mal... Denken wir mal ein bisschen nach. Das müssen wir diskutieren, ne. Was ist, wenn jetzt jemand G-behindert ist und der heißt Gär? Das wäre aber sehr diskriminierend gegenüber dem Zombie, ne. Ja, durchaus. Ja. Mal wieder am Zocken. Das ist ja fein. Das ist ja fein. Hier sehen wir mal Hyperplant. Bioengineering Research and Study Laboratories. No trespassing. High-Level Biological Experiments. Ja. Oh mein Gott, wo bist du? Ich bin hier. Echt? Also da. Mache ich jetzt ein Stacheldraht oder ein Lightning-Mod? Das wird so schön ausgehen. Oh, so wird er nicht explodiert. Hallo? Hallo? Boah, da ist Seife! Seife! Okay, was machen wir jetzt? Hm. Blitzstacheldraht. Blitzstacheldraht. Oder warten. Obwohl. Blitz hab ich schon. Hm. Fummel, fummel, fummel. Da liegt noch Zeug. Ja, ich guck noch mal. Musik